Grüß euch von Infrarothimmel. Grüß euch. Neuigkeiten. Wir haben jetzt unseren eigenen Onlineshop. Ja, der Onlineshop ist da. Da könnt ihr alle Typen der Infrarot-Paneele bei uns jetzt auch online bestellen. Und natürlich auch unsere Kreiter-Cubes und die Bausätze für die Kreiter-Cubes. Genau und die mobilen Geräte, wie jeder das heute verwenden will, haben wir natürlich im Endeffekt wie sie da stehen. Da habt ihr im Endeffekt sicher einen Spaß und für Wormwas-Aufbereitung ist auch was Neues drin. Schaut rein, vergesst du nicht, ihr müsst euch vorher registrieren, weil sonst im Endeffekt zieht ihr keine Preise. Und bei unseren Preisen ist immer inkludiert natürlich der Fassand. Das sind einen super stabilen Überkarton, den muss man wirklich lange entwickelt haben. Mühevoll entwickelt haben. Sehr viel Zeit reinig. Genau, damit die Infrarot-Paneele sicher und gut bei euch ankommen. Ja, Leute, viel Spaß beim Einkaufen, viel Spaß beim Shoppen. Aber was ganz wichtig ist, wir haben im Endeffekt alles, was Standard ist, was weiß ist, ist alles lagernd. Es sind sämtliche Kreiter-Cubes lagernd. Also ihr kriegt die ganzen Sachen, sage ich mal, nach Zahlungseingang ca. in 10 bis 14 Werktag. Genau. Bei uns ist auch kein Risiko, weil wir haben alles zum Warenwert versichert. Also extra Warenwertversicherung, das ist alles inkludiert in unsere Preise. Das hier im Endeffekt auch sicher habt, dass euer hochwertiges Zollsystem zu euch auch gut nach Hause kommt und auch egal, wo es hin transportiert wird, diese Sachen kommen auch an. Genau. Auf das haben wir mir sehr viel Acht gegeben und wir wünschen euch viel Freude. Und unseren Online-Shop, der ist jetzt online und ihr könnt shoppen. Freuen wir uns auf euren Bestellungen. Viel Spaß dabei, ja. Leute, schaut unter www.infrautimmel.at rein, da findet ihr sehr, sehr viele Informationen. Natürlich auch unseren Online-Shop und natürlich unter YouTube. Vergisst nicht zum Abonnieren. Genau, teilen und like natürlich auch unseren YouTube-Kanal. Wir haben da sehr viele informationsreiche Videos drinnen und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr die auch anschauen würdet. Leute, tut uns abonnieren. Bis demnächst. Jetzt kommen ein Haufen Videos und ihr könnt es bestellen und freut euch. Es ist alles kurzfristig lieferbar und damit im Endeffekt können wir viele Leute da draußen helfen. Pfiat euch von mir, Frau Thimmel. Pfiat euch.